Beim gemeldeten Abschuss einer russischen Transportmaschine mit ukrainischen Kriegsgefangenen spielt Russland nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mit dem Leben gefangener Soldaten und den Gefühlen ihrer Angehörigen. Zunächst gelte es nun, alle Fakten zu dem Vorfall vom Mittwoch zusammenzutragen, sagte Zelensky in seiner abendlichen Ansprache. Und Fakten ist dabei das Schlüsselwort. Ich habe einen Bericht über den Einsatz der Luftwaffe gehört. Der Geheimdienst arbeitet daran, das Schicksal aller Gefangenen zu ermitteln. Der Sicherheitsdienst der Ukraine untersucht die Umstände. Und ich habe den Außenminister angewiesen, auch unseren Partnern die zur Verfügung stehenden Informationen zukommen zu lassen. Unser Staat wird auf einer internationalen Untersuchung bestehen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind in der Vergangenheit vermehrt russische Militärtransportmaschinen im Zusammenhang mit Raketenangriffen auf Kharkiv und andere Städte gelandet. Überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten nicht.